Hier Düfte Ja gut Wie gesagt, es kommt ja auch nix ins Wasser, sondern es ist ja einfach nur ein Duft, ne? Haben sie doch auf die Community gehört Und davon darf man wahrscheinlich Autos auch wieder einsperren, ne? Da geht es weiter Sieht schon fancy aus Sieht fancy aus die flasche alter hast du jetzt gegoogelt das ist teuer 35 euro hat die flasche halten ist so teuer gehst du zum aldi kaufst dir eine pt flasche wasser ist dieselbe scheiße die flasche ist